Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist heute ein ganz, ganz, ganz besonderes Video, denn es ist mein Jahresrückblick von dem Jahr 2016. Und zwar habe ich einfach mal die schönsten, lustigsten, traurigsten und krassesten Momente in diesem Jahr zusammengefasst und habe es in einem Jahresrückblick zusammengeschnitten. Viele, die mir ja bei SNM-Shirt folgen, wissen, dass es bei diesem Video sehr, sehr viele Komplikationen gab. Ja, und deswegen hoffe ich einfach, dass ihr diese Mühe seht und dass ihr mir, also dass es euch einfach auch gefällt und ihr mir dafür einen Daumen nach oben gebt. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich, dass ich will, also dass es das letzte Video 2016 wird und das erste Video 2017. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich es genau um 23.59 Uhr heute hochlade. Und für alle, die sich gerade fragen, ey, was mit meinen Haaren los ist, ey, ich war gerade duschen, weil heute ist ja schließlich Silvester und ich muss mich noch fertig machen. Aber ich wollte euch jetzt ganz schnell noch den Anfang drehen, weil ich das Video ja dann auch fertig bearbeiten muss. Und ja, dann hoffe ich so sehr, dass euch das Video gefällt und dass ihr die Mühe seht und wünsche euch dabei jetzt viel Spaß. Und das aller, 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 allerbeste kommt natürlich zum Schluss. Und zwar werden meine Schwester Lena von meiner Schwester und Freundin und ich eine Nacht nach Hamburg fahren. Und zwar mit dem Berlin-Style in Berlin-Style in Berlin-Style. Und zwar werden wir eine Nacht in einem Hotel schlagen, wo gleichzeitig das Hosen-Schutzkonzert ist. Und sind wir auch noch im Karten gekommen. Das heißt, Lena, meine Schwester, Freundin von meiner Schwester und ich sind alleine ein Tag in Hamburg. Gleichzeitig haben wir uns einfach so drüber gefreut, weil wir einfach was alleine so machen können. Und dann auch noch in Hamburg. Ich wollte schon einmal in Hamburg. Ich bin jetzt Silvester mit Hosen-Fanien. Ein Schaden. Ein Schaden. Ein Schaden. Ein Schaden. Also Videos. Ein Schaden. Ja! Ja. Ja. Ich habe jemanden, der Schaden. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Restaurant, beziehungsweise wir sind jetzt auf dem Weg hin. Und danach gehen wir zu dem Reset und zeigen euch ein bisschen, also ein paar Sachen vom Ausschnitt, weil wir noch ein bisschen was sehen. Und, ja, dann drehen wir uns wieder. Jetzt wird es drin und wir freuen uns schon vor uns. Ja, und das wird richtig. Es war richtig dumm, da braucht ihr einfach einen Euro bezahlen, weil ihr den Selfie-Stick abnehmen musste. Wieso ist das denn bezogen? Hotel Jona und Snapchat! 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 Chat! 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 Eine Panikattacke bekommen, weil ein Mann, ich habe so eine Kotzphobie, also extrem krass und da war einfach ein Junge, der einfach alles voll gekotzt hat und ich und mein Körper einfach zittert. Meine Freundin, also Sarah, die mit dabei war, die musste durch diese ganzen Menschenmengen, musste sie mich durchdrängeln und musste schreien, dass ich eine Angstattacke bzw. eine Panikattacke habe, weil die uns da nicht durchgelassen haben und dann, jetzt war das wieder gut. Ich kippe sich aus. Ich kippe sich aus. Ich kippe sie im don iceberg im norsen ein www.belo frozen im norsen Es geht jetzt nicht los. Es geht jetzt nicht los. Jetzt ist es meine Wunscher. Was ist das Geräusch? Tschüss, tschüss. Oh, du achten, du magst. Ich bin die Kampfer. Ja, oh man, ich bin doch noch. Ja, wie ihr wisst, haben wir echt lange keine Liges mehr hochgestellt. Ich zeig einfach an unseren M-A-B-B-A. So, ich guckte heute an Donnerstag und wir hatten unsere Prüfung und... ...3, 2, 3. Ja, genau. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Der Flieger geht um 11.50 Uhr. Wir müssen jetzt noch ein bisschen weniger als eine Dreiviertelstunde warten. Weil dann können wir zum Flieger. Ja. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich bin jetzt schon wach, als ich in der ersten Zeit habe. Ich bin jetzt schon wach, als ich in der ersten Zeit habe. Um 8, um 15, ne? Ja, kann ich jetzt nicht mehr machen. Genau, und so wie ein bisschen das ist. So, das war ein Render-Splitter. Dann machen wir irgendwie eine Stunde in so einer Stadt und zwei Stunden haben wir dann Zeit bekommen. Ich hab's gemerkt. Oh ja! Oh, das war richtig krass. Ich bin grad am Spann und war schön. Das ist todeschön hier. Hält ein Mann neben einer hübschen Frau an der Ansel? Er kurbelt eleganz seinen Tänzer runter. Sie kurbelt auch den Tänzer runter und lächelt ihn an. Darauf der Mann, nah aufgefasst. Also denk an eine Katze zwischen Anselm. Sie agieren ihn mit Fürsten. Verdoppelsee. Und sie wird er irgendwie. Er tausend. Na dunkel, oder? Ja, das ist so. Ich bin so. Wie sieht man Text mit Gegenständen. Dingsbums. Oh, wir sind jetzt in der Nähe. Das ist so. Daher hat es, der zules people. Die Augen. Und sie hat so. Auch. Ich bin so. Einmal langes. Ja. Ich bin, freig. Ich bin, freig. Ich bin, freig. Ich bin, freig. Warte. Das war besonders. Ich bin damit fertig. Ich bin damit das Lebenורst. Aber ich bin nicht fertig. Ich habe den Grund, dass ich nicht für mich, Das war sehr, sehr wichtig. Ich hatte die Einsthema, die ich nicht für mich dann beantworte. Und zwar war die Frage, denn, ist du und will ja das für Freunde, wie sie macht so viel Spaß mit dir? Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute gefragt habe, dass ich mich jetzt erst drehen, dass ich dann Lena ausgedacht habe und erst mal Pause für mich zu brauche. Und ich dachte, es ist ja alles sozusagen aufgebaut, haben eigentlich schon voll gestartet und große Kommunikation bekommen und werden jetzt eben alles wegschmeißen, weil Lena vielleicht mal gerade Pause brauche. Und dann habe ich dir gedacht, dass ich nicht so gut bin oder nicht so gut sind, aber ich habe ja gerade gedacht, ob ich die Zeit, dass wir die Zeit, die Zeit und die Zeit, die Zeit zu verabschieren. Und ich würde mich daran klingen, ich würde mich nicht gerne auf jeden Fall wieder auf mich. Er clicked vor, dass du wirklich bist, auf jeden Fall, was ich noch gleich nach was ich. Und ich mache,évsched auf jeden Fall, dass du das nützt und du kannst, das ist ja auch, dass du das nützt, weil du es noch immer in Sachen. Als es nicht geht, Leute, dass du das nützt an, wenn es nicht, dass du Geist, wir, warte, wenn es dich nicht, weißt, dass du nochmal an, wenn es dir geht, Hallo und jetzt kommt ein eigenes Video, ich habe euch ein eigenes Video und was ist das eure nächste Video auf dem Kanal? Hallo und jetzt kommt ein Video, ich werde euch ein Video, ich werde euch ein Video, ich werde euch ein Video. Du bist mein Herz, du bist mein Glück, du bist mein Schmerz Du bist ein Stück, ein Stück von mir, ein Stück für uns, ein Stück wir, ein Stück Kunst Denn du bist mein Herz, du bist mein Glück, du bist mein Schmerz Listen to my heart beep 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 Saying do you love me, me, me But I'm lying here alone, so I'll put you in a song beside my heart T-T-T It doesn't get better, get better Oh, 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 oh It doesn't get better than this Oh, 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 oh It doesn't get better than this It's like coral In New Zealand Flashes like gold Of a green pride In the dark lands Of my midnight Blue the grey on my blue sky So, it doesn't get better than this So, it doesn't get better than this Bis zum nächsten Mal.